3, 2, 1 Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Heute Abend um 20 Uhr ist es endlich soweit. Das VR-Pack-Creed-Turnier findet endlich ein Ende. Es war ein langer und beschwerlicher Weg. Aber nun steht das Finale fest. Tupac gegen Hoshi. Und hier sehen wir nochmal den gesamten Verlauf des Turniers der 14 Boxer. Es war ein harter Weg ins Finale und am Ende kann es nur einen geben. Wer wird heute das Finale für sich entscheiden? Hoshi oder Tupac? Wir würden uns freuen, wenn ihr heute zahlreich auf dem VR-Pack-Kanal erscheinen würdet. Um beim Livestream dabei zu sein. Den Link zum VR-Pack-Kanal findet ihr in der Beschreibung.